Ja Leute, willkommen zum nächsten Team2Play, FM 2022. Für diejenigen, die sich noch unschlüssig sind, mache ich ja ein paar Vorschläge, damit auch ihr, diejenigen, die noch keinen Verein im Kopf haben, mit dem sie beginnen wollen, vielleicht ein bisschen Inspiration kriegen. Und eine Idee verschlägt uns heute nach Italien, und zwar ins wunderschöne Parma. Ich habe mir den Traditionsklub ausgesucht, Parma Calcio, die ja auch so ein bisschen meine Kindheit geprägt haben, muss ich sagen. Also zum einen sehr positiv, weil ich die Mannschaft sehr genial gefunden habe, Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre. Zum anderen auch negativ geprägt, weil es da diese legendäre Wafer Cup-Entscheidung damals zwischen Sturm Graz und Parma gegeben hat. Es war eine ganz strittige Szene, wo der Torhüter den Ball hinter der Linie gefangen hat von Sturm, beziehungsweise weiß man es, glaube ich, bis heute noch nicht so richtig, ob der hinter der Linie war oder nicht. Und ja, deswegen hat es auch in gewisser Art und Weise negativ meine Kindheit geprägt, weil der Sturm im Endeffekt ausgeschieden ist. Und das hat es mitentschieden. Ja, der zweite Grund, warum Parma interessant sein könnte, ist natürlich, weil wir schon bei Torhütern sind, Gianluigi Buffon, der zu seinem Jugendklub zurückgekehrt ist. Es wäre ja fast die perfekte romantische Geschichte gewesen von Juve zu Parma zurück, wenn nicht dazwischen dieses Intermezzo bei PSG gewesen wäre, was ich ihm irgendwie noch nicht so ganz verziehen habe. Aber ja, Buffon war so einer, der in meiner Kindheit irgendwie gezeigt hat, wie cool es eigentlich auch sein kann, Torhüter zu sein. Absolut genialer Spieler, der als einer der besten Torhüter der Geschichte, oder in die Fußballgeschichte eingehen wird. Und der ist jetzt schon 43 und dementsprechend wird er wahrscheinlich nicht mehr allzu lange machen. Also ich gebe ihm maximal noch 5 bis 10 Jahre, bis der dann irgendwann seine Karriere an den Nagel hängen wird. Das heißt, es gilt ihn quasi dann auch aufzubauen als Mitarbeiter, beziehungsweise einen Nachfolger für ihn zu finden. Und ja, Parma selbst, habe ich schon angesprochen, war Ende der 90er, Anfang der 2000er ein sehr erfolgreicher Club, die jetzt aber im Moment wieder in der Serie B sind. Das heißt, auch das gilt es für euch zu ändern und die dann vielleicht wieder in internationale Wettbewerbe zu führen. Ich würde sagen, genug gequatscht, wir schauen jetzt einfach mal rein und sind hier gleich mal eingestiegen. Und das Erste, was man sieht, wenn ich es gerade hier so sehe, spiele er im letzten Vertragsjahr Gianluigi Buffon. Also ein Jahr hat er noch, aber wenn man sich die Werte anschaut, der ist körperlich okay, aber die Torhüterfähigkeiten und das Mentale sind einfach sensationell bei ihm. Das ist unfassbar. Also Respekt, ich glaube für die Serie B ist der auf jeden Fall schon noch ein ganz guter Spieler. Ob es dann noch ein Jahr reicht, wage ich ehrlich gesagt zu bezweifeln. Aber das ist vielleicht eben, wie gesagt, die letzte Chance für euch, Gianluigi Buffon, die Legende zu trainieren, bevor er seine Karriere beendet. Gut, übrigens da unten, Filippo Dinaldi, ein 18-jähriger Keeper, der aktuell verliehen ist, aber der durchaus das Potenzial hat, um hier eventuell dann in diese sehr, sehr großen Fußstapfen zu treten. Gut, wie gehen wir es an? Schauen wir vielleicht auf den Verein selbst nochmal schnell, damit wir sehen, was, oder damit ihr auch seht, was ich gemeint habe hier. In dem Jahr 2000, 2001 waren sie Vierter, dann hier zweimal Fünfter. Das heißt, die zählten schon zum Spitzenfeld. Hier waren sie mal Sechster. Aber wir sehen hier einen Abstieg. Wir sehen hier die großen finanziellen Probleme, weshalb sie dann sogar in die Viertklassigkeit gerutscht sind und sich wieder nach oben gearbeitet haben. Und ja, jetzt leider haben sie es nicht geschafft, sich da oben zu etablieren und sind wieder runter. Und dementsprechend eine sehr, sehr interessante Ausgangssituation. Da muss ich kurz mal was trinken, weil irgendwie sind diese Videos aufzunehmen etwas anstrengender als Let's Plays. So, ja, wir schauen mal kurz auf die Einrichtungen, weil wir es immer machen. Und da sehen wir, kleines Stadion, Ennio Tardini. Deswegen habe ich Parma auch im DSF-Fußballmanager 1998 gerne genommen. Ich weiß nicht, ob ihr euch an das Spiel noch erinnern könnt, aber da war das Stadion unfassbar klein und man konnte das immer gut ausbauen. Deswegen habe ich immer gerne Vereine genommen, die kleine Stadion hatten zu Beginn. Dann sieht man, dass hier auf jeden Fall noch Potenzial ist. Also die Trainingseinrichtungen sind gut, der Rest gehört auf jeden Fall ausgebaut. Jetzt ist es so, dass bei Parma man immer auf die Finanzen schauen muss. Man hat da 12 Millionen Kontostand und man hat ein Transferbudget von 4 Millionen, 4,5. Das ist schon nicht so schlecht für einen Zweitligisten. Vor allem, weil die auch so von den Medien erwartet wird, dass die aufsteigen. Das heißt, die sind schon relativ gut. Da ist eine gute Basis da. Wir sehen auch hier Mitarbeiter-Schnitt. Also bis auf bei den Führungsqualitäten sind sie überall die besten Mitarbeiter in der gesamten Liga, auch im Scouting-Bereich und quasi auch hier in der medizinischen Abteilung. Scouts hat man anscheinend ein bisschen zu viele, aber dafür hat man noch Luft nach oben, was die Mitarbeiter im Trainerteam angeht. Und ja, dann schauen wir, würde ich sagen, gleich auf die Mannschaft. Oder ja, der Kader ist riesig. Also die werden wir vielleicht nicht alle durchsehen. Schauen wir mal. Aber ja, Torwartposition ist, oder sortieren wir mal nach Alter. Also die hier sind alle über 30 da unten. Es sind auch ein paar ganz junge Talente dabei. Wir sehen hier einige 20-Jährige, die richtig was drauf haben. Die muss man auf jeden Fall ranbringen. Pufon haben wir uns schon angeschaut. Dann haben wir noch einen 30-Jährigen Keeper. Simone Colombi und Luigi Seppe, noch ein 30-Jähriger. Also da würde ich ehrlich gesagt einen von den beiden wegtun. Braucht man nicht unbedingt. Gehalt 1,6 Millionen. Würde ich eher schauen, dass ich den teureren wegkriege, wenn das denn hinhaut. Und dann Rechtsverteidiger Vincent Laurini, 32-Jähriger Franzose. Ja, ich würde echt sagen, Zweitliga-Saison, da solltet ihr echt schauen, dass ihr vielleicht die Mannschaft ein bisschen verjüngt. Weil man sieht hier den zum Beispiel, Enrico Del Brato. Top-Rechtsverteidiger aus Bergamo-Gelin. Da gibt es auch eine Kaufoption. Da muss man dann natürlich schon ein bisschen was entfernen, damit man die ziehen kann. Also ein bisschen was verkaufen. Dann gibt es Koulibaly, Rechtsverteidiger. Der auch ganz solide ist, den kann man dann auch durchaus behalten. Innenverteidiger Danilo, den könnte man kennen. Der war, also ich habe ihn aus Udinese noch im Kopf. Bei Bologna unter anderem noch. Sehr erfahrener Mann, kann man, glaube ich, für ein Jahr machen. Simone Iacobini, den finde ich persönlich stärker, ist auch ein bisschen jünger, zumindest 34. Dann Lautaro Valenti. Sehr, sehr interessanter Innenverteidiger. Man sieht da auch den geschätzten Marktwert. Natürlich sind wir in der Beta, das heißt, das kann sich hier noch ändern. Matteo Lucarelli, nicht sonderlich gut, den sollte man auf jeden Fall loswerden. Der hat dann nichts verloren in der ersten Mannschaft. Dann Osorio aus Venezuela, 27 Jahre alt. Dann geht es in die Linksverteidigung. Elias Kubo. Haben wir den bei Malaga verpflichtet oder nur gescoutet? Ich glaube, wir haben ihn nur gescoutet. Aber den wollte ich unbedingt haben und habe dann Likogianis, glaube ich, verpflichtet. Auf jeden Fall ein sehr interessanter Rechtsverteidiger, den man auch innen spielen lassen kann durch seine körperliche Präsenz. Hier sehr netter linker Verteidiger, der auch offensiv was drauf hat. Gefällt mir gut. Dann, den könnte man natürlich auch kennen, Giuseppe Bezella. Verlina und Bergamo. Dann zwei Linksverteidiger, die nicht so wirklich was drauf haben. Ein Flügelverteidiger, Buzi, Maxim Buzi oder Buzi. Ein junger Belgier, der sehr, sehr spannend ist. Den würde ich nicht verleihen, so wie auf der Leihliste ist, sondern auf jeden Fall spielen lassen. Also da muss man halt schauen. Da hat man auf der gleichen Position drei talentierte Spieler. Dann Stanko Juric. Wow, mentale Werte sind sensationell. Wen haben wir da noch? Ich würde mal sagen, die verlieren, schauen wir uns nicht unbedingt an. Dann Simon Sohm, auch ein eher defensiv starker. Wow, 20 Jahre erst, hat noch Luft nach oben, gefällt mir gut. Dann Schiartarella, 34-jähriger Italiener. Auch eher so ein defensiv starker, sehr aggressiv. Also man hat da durchaus, glaube ich, ein gutes zentrales Mittelfeld gegen den Ball. Interessanterweise sind aber andere Spieler, zum Beispiel auch Cyprien und Curtic, die man beide kennen könnte, sind aktuell verliehen. Das heißt, im zentralen Mittelfeld gehen dann so ein bisschen die Leute ab. Dafür hat man dann in der Offensive, ich filter jetzt mal die Verlieren raus, in der Offensive rechts außen, den kann man loswerden, 33 Jahre alt. Der Dennis Mann, natürlich sehr spannend, Rumäne, den haben wir im letzten Jahr, oder ich habe ihn zumindest schon mal gescoutet. Der ist sehr interessant, dann geliehener Felix Correra von Juve. Er schaut überrascht, hat nicht mit mir gerechnet, sehr interessanter Spieler auf jeden Fall. Dann Franco Vazquez, schaut euch diese technischen Fähigkeiten an. Also der könnte dann vorne euer Spielmacher sein. Zum Alter her passt das auch ganz gut. Dann hier ein geliehener 24-jähriger Argentinier. Nach 20 Spielen für 6 Millionen wird er gekauft. Also da ist schon was da, muss man sagen. Der 28-Jährige ist auf der Transferliste, auch zu Recht kann man, denke ich, abgeben. Der wechselt mit 1.7. fix zu Parma. Sehr interessant. Vor allem weil er in einem guten Alter ist, mit 24 und Italiener. Aliu Traore. Den kenne ich auch irgendwoher. PSG, Manchester United. Spannendes Talent auf jeden Fall. Dann haben wir hier noch Valentin Michaila, ein Rumäne. Auch sehr spannend. Also Rumänien-Scouten ist generell auch eine ganz gute Idee, so wie Serbien. Da sind sie nicht ganz so teuer, wie in Kroatien oder in den Top-Nationen. Adria Bernabé. Sehr talentierter Spanier. Also man kann da durchaus mit richtig guten jungen Spielern arbeiten. Dann gibt es aber auch noch Roberto Inglese. Ein Spieler mit sehr viel Präsenz im Zentrum, bringt einiges an Wucht mit. Der gefällt mir ganz gut. Also da kannst du, glaube ich, ganz gut über die Flügel arbeiten. Du kannst ganz gut, du kannst auf jeden Fall ganz gut Flanken schlagen, würde ich sagen, mit einem Inglese da vorne drin. Auch der Sprunghöhe 13, aber der hat noch Luft nach oben, würde ich sagen. Sieht nicht so schlecht aus. Also du kannst da ein 4-3-3 spielen. 4-2-3-1 würde sich natürlich auch immer anbieten. Du hast halt nur einen Zehner und der kann auch durchaus auf der Acht spielen. Das heißt, ich persönlich würde hier in dieser Situation wahrscheinlich sogar ein 4-3-3-System machen. Vielleicht ein System, das jetzt nicht zu dominant ist, weil die Liga, du wirst dir relativ leicht tun, sage ich jetzt mal, diese Liga zu gewinnen. Wir schauen mal auf die Gegner dann. Aber vielleicht so ein System, das so ausgewogen ist, vielleicht maximal kontrolliert von der ganzen Philosophie her. Und wo man dann im nächsten Jahr vielleicht auf eine Konter-Taktik umstellen könnte. Weil das könnte ich mir gut vorstellen. Frühe Flanken dann auf einen Inglese zum Beispiel. So, jetzt wäre ich schon heiser hier. Ja, das heißt, das wäre durchaus ein interessanter Ansatz, weil man, glaube ich, eben einfach auch sehr gute junge Flügelspieler hat. Das Wichtigste an der ganzen Situation hier ist auf jeden Fall, dass man die Mannschaft massiv verjüngen sollte oder muss und auf die Jungen setzen sollte. Man sieht hier, bis hier sind die 22. Das ist unfassbar. Da sind schon richtig gute Talente dabei. Also seid ruhig, mutig, wenn ihr den Klub übernehmt und versucht es halt wirklich auf junge Spieler zu setzen und was aufzubauen. Dann seid ihr auch taktisch etwas flexibler, weil da könnt ihr natürlich dann auch noch junge Spieler dazuholen. Und man sieht von der Konkurrenz her, es gibt schon einige Klubs, die man aus der 1. Liga kennen könnte. Klubs wie Perugia oder Pisa zum Beispiel sind jetzt auch nicht so uninteressant. Pisa finde ich auch immer ganz cool. Die wollte ich auch schon mal übernehmen. Brescia Karcho kennt man natürlich aus der 1. Liga. Den FC Crotone, Frosinone kennt man. Spal, also Ferrara kennt man. Also da gibt es schon einige, muss ich sagen. Und ja. Also es ist wirklich, wirklich eine interessante Herausforderung, weil eben wie gesagt, diese Mischung aus alten, erfahrenen, guten Spielern, nicht nur Pufon, sondern auch einigen anderen und diesen Top-Talenten, die können schon ganz spannend sein. Von den Gehliehenden und Verliehenden Spielern können wir kurz mal checken. Da sehen wir, also dass wir hier durchaus viele Spieler verliehen haben, die was drauf haben. Da ist einfach die Frage, sind da Kaufoptionen drin? Bei dem zum Beispiel nicht. Das heißt, mit dem kann man nächstes Jahr wieder rechnen. Wie schaut es mit einem Petzeller aus? Der wird eine Kaufoption haben, oder? Ja, nach 20 Spielen 5 Millionen, das ist leider nicht viel. Kann man nur hoffen, dass er diese Spiele vielleicht nicht macht. Aber insgesamt, das ist halt, da unten diese ganzen Leihspieler, die muss man auch massivst aussortieren. Sehr, sehr uninteressant. Hört sich in der U20 aus. Oh, da kommt auch einiges nach. Barlog, Innenverteidiger. Sehr spannend. Der hat das Zeug in der 2. Liga zu spielen, meiner Meinung nach. Dann gibt es den Dirks, nächster starker Innenverteidiger. Dario Sitz, junger Stürmer. Martin Türk, 17-jähriger Torhüter. Ein junger Slowene. Hat auf jeden Fall sehr viel Potenzial noch. Ich glaube jetzt nicht, dass da der nächste Buffon dabei ist. Ich glaube auch nicht, dass Rinaldi das Zeug haben wird. Aber man kann versuchen, da auf jeden Fall was aufzubauen. Man sieht, dass es hier auf jeden Fall sehr viele Talente gibt, die das Zeug hätten. In der U18 sieht es nicht ganz so gut aus, aber auch relativ gut aus. Also die ersten vier zumindest, sind richtig brauchbar. Ja und vom Geld her, wie gesagt, viereinhalb Millionen habt ihr zur Verfügung. Also das ist schon einiges. Bin mal gespannt, was ihr so meint zu dem Safe. Also wen von euch das so interessieren könnte. Ich persönlich hätte auf jeden Fall Bock, weil ich auch finde, dass Italien immer wieder Spaß macht. Und ja, wie gesagt, ein letztes Mal Buffon zu trainieren, hätte schon was. Ja, freue mich schon auf eure Kommentare. Freue mich dann auch schon, wenn es morgen weitergeht. Und die Liste, die komplette Liste der Teams to Play habe ich unter dem Video in die Beschreibung gepackt. Und ja, dann seht ihr auch quasi schon, was jetzt die letzten Tage noch so kommen wird am Kanal. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.